Schneid's auf, ja, schneid's auf. Schneid mal wieder auf. Ich weiß das nicht. Vom Reh oder vom Potschen? Ups, da fällt der Kopf beim Reh. Und los. Bühne kommen, sechs, zwei, drei. Die Leute, die geht dir nicht, die Leute, die geht. Lass du mir rein, bitte. Lass dir, wenn wir jetzt halt. In der Zeit steigen wir zwei alleinig ein Ball. Du weißt das und ich weißt. Und du darfst das nicht einmal jetzt zugeben, oder was? Du verstehst nicht, das ist gar nicht so. Doch, das war's noch. Doch! Das zahlst du einmal für alles, was du gemacht hast. Glaub mir das jetzt, ich weiß nicht, der sagt. Ich hab dein Papa nicht verheißen, oder? Möchtest du ihm sagen? Nein, nein. Dann sagst du was, nein. Nein, so war das nicht. Ich hab dein Papa nicht verheißen. Again, das macht mein PoBooks. Ein Pflanzenleiteraca. Und ich hab dein Papa nicht verheißen. Nein, das war dieses Leiter. Geräusche, er hat erご Keiner Surecht. Das ist gut. Es liegt da. Okay. Der Wüderer. Und du testest das einer oder anderen. Okay. Du musst du das nicht sehen, oder? Du musst du das nicht sehen, oder? Du musst du das nicht sehen, oder? Ja, du bist. Ja, aber da ist es auch nicht leichter. Ich fand dich nicht so, wie du bist. Ja. Aber dann sollte ich vielleicht eher... Dann können wir die dringend runterreißen. Aber das würde ich nicht sehen. Okay. Das ist nicht groß. Ähm... Ja, geh her. Okay. Du musst von vorne. Wie läuft, bis ich weiter rein geht? Ja, geh her. Das sind jetzt 12, Tag 3, 1. Und jetzt. So, Herr Wagner. Könnt ihr euch das bekannt vor? Hey, das ist mein Kappi. Wollen Sie das her? Hast du das zufällig vor kurzem noch mal verloren? Ja, jetzt haben sie mal gestohlen vor zwei Tagen. Lisa. Jetzt komm mal. Denk doch mal drüber. Schau dir das an. Schau dir das an. Nein, das kann nicht mehr. Soll ich uns einen Tee kochen? Da suchst du dir einfach Tüfte. Und ich komm doch hier mit Tee. Schau dir einfach Tüfte. Das ist ein Wurst jetzt. Das hängen uns auch noch mal. Ja, das ist gut, weil es zu hoch ist, dass wir so frisch Brot essen. Genau. Das hängt uns auch noch mal dabei. Ich glaub, dass Schau sich hat, weil es echt keiner weiß. Nein, aber dass du es dann zusammenpasst mit dem Bier auf dem Haufen runterhubst. Ja, ich glaub, wenn die runter springt, kannst du gleich rausziehen. Ja. Ich glaub, wenn ihr die Tür aufreißt, springst du runter. Was? Ich glaub, wenn ihr die Tür aufreißt, springst du runter. Ich glaub, wenn ihr die Tür aufreißt, Ist vielleicht schon. Nein, das geht es nicht aus, glaubst du? Ja, sicher. Ich hab mir auch schon schnell auf den Weg. Ja. Wenn ihr die Tür aufreißt, ich springst. Jetzt noch. Aber mehr ist da nicht. Das Nachbombe, wo ihr miteinander rätst, über die Wache doch ist, da liegt ja jeder schon auf der Lauer. Mit diesen Plätzen haben wir schon gesagt. Kannst du das durch? Nein, ja, ja, schauen wir mal. Ja, 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 ja. Wir haben da zu sehen. Ja, ja, ja. Wir haben da zu sehen. Wir können sich drauflegen. Ja, ja, ja. Ich fang mal raus, wie sie sich nach Hause gehen hat. Der hat uns gesehen. Oder gewusst davon, dass wir da sind. Habt ihr das geschossen? Ich hab ihn noch meldet. Aki Weider, habt ihr ihn gesehen? Der Markus hat ihn gesehen, aber sein Gesicht war schwarz angemeint. Scheiße. Der hat was gewusst. Geiler Textil. Geil alleweil nach seinem Muster vor. Und auf einmal, ich glaub das einfach nicht. Wie cool ist der Geri? Was gibt's denn da? Ja, der ist der Korn. Ich auch. Was gibt's euch? Scheiße, wann war denn das? Der Groot von 5 Minuten oder so. Was denn du da an dem Gesicht? Kein Muttermaule. Keine Ahnung, man trifft man arbeiten wahrscheinlich. Ich habe meine Mutter gesehen. Ja, jetzt glaub ich's. Sagst du gleich, ob du bist du's gewöhnt? Es ist ein Leuch, es ist ein Leuch, was bin ich gewöhnt. Bist du da wieder da? Scheiß bin ich, was ist denn Leuch los? So, jetzt berückt sich wieder. Du bist es nicht gewöhnt? Nein. Markus, kann er es gewöhnt sein? Ja. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Wieso soll das denn gewöhnt sein? Trotzlecht, das ist jetzt schon gekommen durch. Jetzt glaubst du doch nicht im Ernst, dass das einer von uns ist? Du hast recht, Karl. Nein, du hast recht. Du hast recht, Karl. 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 Ja, mach mal so. Genau. Du hast recht, Karl. Was ist denn für eine Szene? Ausnahme. Und durchsteppeln. Szene, was ist das vorne? Zehn, glaube ich. Eins, 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 drei, zwei, sechs, das ist, oder? Ist das schon, oder? Ja. Ich glaube. Zehn, 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 vier, eins. Das gibt's ja nicht. Scheiße, wie hat das passieren können? Ich weiß es auch nicht. Und wo ist der Markus? Schwierig, ich hab die Zau draufgegangen. Markus! 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 Mal, du musst schreien. Er ist da oben weg rein. Die rein haben nach, oder irgend sowas? Gar nichts. Nein, das ist für dich. Das ist da oben. Hm? So hat sich. So hat sich gefahren, oder? Wie wir aufgegangen sind. Nein. Hat sich schon wieder runden. Oh. Okay. Na, wirklich nicht wieder runden. Ja. 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 Also, Hans und Ammo stehen schon da. Wo kommen wir? Ja. 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 Hallo. Ja. Ja, ich schreibe mich. Ja, ich schreibe mich. Ja. Ja. Ja, ich schreibe mich. Ich schreibe mich noch immer auf. Papa, lass ihn an! Ich weiß nicht! Papa, lass ihn an! Ich weiß nicht! Papa, er war nicht! Er war bei Schirm! Er war bei mir, wie es passiert ist! Das war jetzt zurück gewesen! Das ist die Menge der Aussagen! So lange war ich nicht zu, da kann ich nicht zu wissen! Ich war nicht zu! Nein, das war ich auch nicht zu! Unmöglich! ... ... ... ... ... Wir beten sie noch der nächsten Garntin, will ich ja! Huh? Huh? Hoh! Jetzt haut er da gleich die Tür auf, würde ich sagen. Warte, ich brauche die Klappe noch. Ja, wir sind da jetzt wahrscheinlich im Weg, oder? Ja, wir sind da jetzt wahrscheinlich im Weg, oder? Ja, aber da pünkt der Leo einen. Ja, aber hat er gewissermaßen spüren? Ja, wir können das nicht aufhören. Okay, also bitte. Komm lauter. Äh, 10, 2, 3, 1, 1. So, jetzt steht schon der Zeitung im Weg. Wo steht der Zeitung? Frag nicht so blöd, was soll ich drinstehen? Nein, das ist ein Witz, der hat das für den Weg heute ausgeschlossen angeht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie soll ich das in der Zeitung schon wieder wissen, wo die 12 fände. Wagner-Buh, das rätst du schon wieder? Ja, aber ich bin gut. Also bitte. Komm lauf. Wie lauf. Das sind den 2 zu Tage. Wo steht er denn zusammen? Ja, nicht so einen Tempel. Ich werde ihn drinstehen. Auf den zwei Stelle bin ich sie da oben! Dann ist er wieder 2.000 Wärmen rausgeschossen worden. Ja, das gibt's eine Erbe. Ja. Jetzt geht's nicht rein! Ich glaube, das ist ein Schrank-Schrank. Ja, ich denke, es sind wir in der Böden, ja. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Ja, das war ja. Ja, das war ja so lustig. Ja, das war ja. Bitte so und ich nicht mehr. Ja, wir müssen mal rein. Ja, wir müssen gut fliegen. Ja, der Mann. Das schafft man schon. Ja, das ist ja wurscht. Die sauft ja von innen aus da, nicht? Okay. Da brauchen wir gleich ein Fisch. Das gehört sich nicht dazu. Ja, das ist ja voll. Das ist ja voll. Gut. Gut. Ich würde da noch einen reinhauen. Nicht so lange stehen. Nein, das passt schon. Ich finde das gut, wenn das nicht... Das wird eh nicht perfekt sein. Nichts lange. Nichts. Nichts.